Wie häufig erleben wir das in den Gesprächen, dass die Leute sagen, ja, ich will ja gar nicht wachsen und ich will gar nicht mehr Mitarbeiter haben, mehr Mitarbeiter, mehr Sorgen und bla 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 bla. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist natürlich die größte Herausforderung vom Selbstständigen wirklich zum Unternehmer zu werden. Aber ist man eigentlich ein Unternehmer und ist man da nicht doch irgendwie wieder in vielen Prozessen und Strukturen gefangen, die es einem doch gar nicht so ermöglichen, frei zu sein und diese unternehmerische Freiheit auch vollkommen auszukosten? Und wenn du jetzt fünf Prinzipien haben willst, wie du genau das hinbekommst, dann hör jetzt genau zu. Der erste Punkt, der extrem wichtig ist, ein Unternehmen besticht immer dadurch, dass du wirklich Prozesse und Systeme hast. Und wenn du jetzt einfach mal schaust, in 99% aller Fälle wirst du morgens aufstehen und dir die Zähne putzen. Vollkommen normaler Ablauf, er wird nicht in Frage gestellt, er läuft immer durch. Ein immer gleichbleibender Ablauf, der da ist und der immer passiert. Und gerade bei Kleinstunternehmen oder bei Selbstständigen sehen wir eine Sache, dass diese Grundprinzipien von den Sachen, die laufen und die gut funktionieren, nicht standardisiert eingehalten werden, sondern es wird permanent versucht, immer wieder Sachen anders zu machen und hier was zu verändern und da was zu verändern. Es klappt einfach nicht in der Summe. So, wenn man sich da gegen die großen Unternehmen anschaut, auf die immer geschimpft wird, was haben die? Die permanent immer wieder gleich ablaufenden Prozesse und Strukturen. Und genau darum geht es. Es muss dir einfach klar sein, dass ein richtig, richtig gut laufendes Unternehmen extrem langweilig ist. Ja, es ist extrem langweilig an der Basis. Warum? Weil dort immer wieder gleichbleibenden Sachen passieren. Natürlich haben sie Facetten und Varianten, aber der Standardablauf muss eingehalten werden, damit die Ergebnisse darüber auch entsprechend fruchten können. Und du als Unternehmer auch die Chance hast, dich überhaupt um die Themen zu kümmern, wie du am Unternehmen arbeitest, statt darin. Das heißt, die erste Sache, die du mal für dich prüfen musst, ist, wie gut sind deine Prozesse tatsächlich und sind sie auch schon klar systematisiert? Wenn das nicht der Fall ist, dann brauchst du dich nicht wundern, warum du mit so viel Arbeitseinsatz deine Dinge regeln musst. Erst dann greift der nächste Schritt und da ist einfach unsere persönliche Erfahrung auch aus den Kundenbeispielen, die wir betreuen, dass ganz, ganz häufig die Unternehmer erst versuchen, Sachen zu automatisieren und sich dann mit den Prozessen beschäftigen. Und genau das Gegenteil sollte der Fall sein. Denn du kannst einen Prozess erst dann automatisieren, das heißt, durch die Maschine schneller machen lassen, wenn er auch funktioniert. Ja, ich habe da immer einen recht leichten Ausdruck. Ich sage, was passiert, wenn du einen Scheißprozess automatisierst? Du hast einen schnellen Scheißprozess. So, und das ist letzten Endes auch genau das Resultat, dem du dich gegenüber siehst. Das heißt, du wirst immer wieder in höherer Geschwindigkeit dieselben Fehler bekommen, wenn du dir das vorher nicht genau angeschaut hast. Das heißt, Software einzusetzen, AI und all diese Sachen, kommt in der Regel viel, viel später, als die meisten so wirklich denken. Klarer Prozess, klarer Ablauf, klare Struktur. Heißt das einfach, mit Zettel und Stift die Sachen zu lösen. Was soll vorne reingehen, was soll hinten rauskommen, wie sieht der Weg dazwischen aus? Das ist eine Prozessbeschreibung. Wichtige Prozesse als erstes dokumentieren, dann unwichtigere und dann gucken, wo kann ich entsprechend diese Sachen automatisieren. Das ist die Reihenfolge. Wer das sauber macht und diese Fleißarbeit übernimmt, der wird auch schneller unternehmerische Freiheit bekommen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich das ganze Thema Teamaufbau. Auch hier, wie häufig erleben wir das in den Gesprächen, dass die Leute sagen, ja, ich will ja gar nicht wachsen und ich will gar nicht mehr Mitarbeiter haben, mehr Mitarbeiter, mehr Sorgen und bla 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 bla. Naja, was soll ich sagen? Natürlich brauchst du ein Team und alle großen Dinge, die jemals geschaffen worden sind, wurden nicht von einer Einzelperson geschaffen, sondern von einer Mannschaft, von einem Team. Warum soll das bei dir also anders sein? Das heißt, entweder erkennst du nicht an, dass dein Thema so groß ist, dass andere dabei mithelfen sollten, oder, das ist leider viel zu häufig der Fall, die Leute denken, dass sie was absolut Besonderes sind und nur sie diese Aufgabe umsetzen können. Halte ich persönlich für die größte Problematik, gerade bei Selbstständigen, weil das einfach nur eine Blockade bedeutet. Jeder Unternehmer ist in seinem Unternehmen zu 100% ersetzbar. Es gibt immer Menschen, die schlauer sind in einem Bereich, die Teilaspekte besser können und ich muss doch als Unternehmer nur diese Leute finden. Ja, ich bin doch das unwichtigste Rad in meinem Unternehmen und das muss ich letzten Endes hinkriegen. Ja, dass es gar nicht mehr auffällt, ob ich zur Arbeit komme oder nicht. Dann hast du es wirklich geschafft, weil alle anderen Sachen werden immer eine Zwangsabhängigkeit bedeuten. Aber die Unternehmer, die wirklich erfolgreich sind, die haben mit dem Tagesgeschäft überhaupt nichts mehr zu tun. Die haben genau die Zeit, um am Unternehmen zu arbeiten. Aber nochmal, wann kümmerst du dich um diese Dinge? Sie passieren einfach nicht. Genau, weil du permanent im Tagesgeschäft gefangen bist. Und warum bist du das? Weil du kein Team hast, das sich entsprechend unterstützt. Du siehst also, mit dieser Entscheidung zu sagen, hey, ich muss nicht weiter wachsen, ich brauche kein Team, Angestellte sind viel zu teuer. Alles kompletter Schwachsinn. Ein richtig guter Mitarbeiter bringt so viel Power mit, dass die Investition sich doppelt, dreifach, zehnfach lohnt. So, es ist aber natürlich die Schwierigkeit für dich als Unternehmer herauszufinden, welche Person ist das tatsächlich und eignet die sich auch für die entsprechend gestellte Aufgabe. Das hast allein du in der Hand. Ein weiterer Punkt, der dann natürlich auch erst wirklich greifen kann, ist das ganze Thema Delegieren von Aufgaben. Natürlich ist ein alter Hut zu sagen, naja, als Unternehmer musst du nur genügend delegieren, musst das richtig machen und fertig. Naja, wenn es so einfach wäre, dann würden es wahrscheinlich auch mehr Leute wirklich umsetzen. Das, was immer wieder fehlt, ist, erstens, warum sollen die Personen eine Aufgabe machen? Es ist überhaupt nicht klar, warum dieser Teilschritt gerade wichtig ist. Ja, es hat eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Aber wenn diese nicht kommuniziert wird, dann klappt es auch nicht. Und was auch häufig gemacht wird, ist, dass der Rahmen der Verantwortung viel zu klein gesetzt wird. Gibt den Leuten auch einfach so viel Verantwortung, dass sie es auch verbocken können. Weil nur dann kannst du dir auch sicher sein, dass sie sich wirklich Mühe geben. Das heißt, wenn du immer und permanent überall die Hand drunter hältst, dann wird auch keiner ins Risiko gehen. Das muss aber passieren. Denn nur Leute, die bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen, auch mal Risiko zu tragen, ja, und auch mal wirklich nach vorn zu gehen und letzten Endes etwas zu wagen, die werden später auch genau die richtigen sein, um dein Unternehmen auch ohne dich weiterführen zu können. Wenn du aber das gar nicht zulässt und gar nicht die Chancen gibst und den Raum dafür einräumst, dann wirst du auch keine Chance haben. Also insofern ein ganz klares Thema. Du brauchst wirklich Aufgaben, Systeme an entsprechende Teammitglieder, die du überträgst. Und dann überträgst du ihnen die komplette Verantwortung und sagst ihnen auch, warum dieses Ziel erreicht werden muss. Ich kann dir versprechen, wenn du das in kleinen Etappen anfängst und immer größer wirst, irgendwann hast du das Ding für dich halt gelöst und ganze Teilbereiche und Fachbereiche laufen ohne dich. Wenn du das in kleinen Teilen schon hast, dann stell dir die Frage, hey, wie kann ich das weiter auf- und ausbauen? So, und dann passiert wirklich die eigentlich große Musik. Letzter Part und das finde ich mal besonders spannend, weil auch da wieder sehr, sehr häufig das Feedback ist, gerade mit den Kunden, die in den kleineren Modulen mit uns starten. Naja, mein Geschäftsmodell ist ja gar nicht skalierbar. Ja, das kann ich ja gar nicht viel größer machen. Naja, man kann alles größer machen, wenn man will. Die Frage ist, bis zu welchem Punkt brauchst du es größer, damit es für dich funktioniert, damit du deinen perfekten Unternehmertag hast. Das heißt, orientiere dich gar nicht an anderen Personen, sondern orientiere dich einzig und allein an dem, was du entsprechend machst und möchtest. Was ganz interessant zu sehen ist, dass das Wachstum dadurch natürlich auch ganz, ganz anders gesteuert wird. Das heißt, wie kriege ich es hin, dass das Wachstum passiert, ohne dass ich dramatisch meinen Aufwand erhöhe? Das ist das eigentlich Skalierbare. Das heißt, indem ich vielleicht 100 Euro mehr reingebe, um 1000 Euro steige, aber dann gebe ich 200 Euro rein und steige vielleicht um 3000 oder 5000 Euro. Das heißt, dass ich auch einen exponentiellen Wachstumschritt einbaue. Das bedeutet wirklich Skalierbarkeit. Das heißt, ist mein System in der Lage, auch eine Vielzahl von Kunden entsprechend zu betreuen und zu beliefern? Und wenn ich dazu in der Lage bin, dann weiß ich, okay, jetzt muss ich das einfach nur noch mehr standardisieren, mehr Systeme gießen und dann funktioniert es auch dramatisch besser. Und wenn du jetzt sagst für dich, hey, da waren auf jeden Fall ein paar Punkte dabei, die ich in dieser Form noch nicht umgesetzt habe, und genau deswegen bin ich im Hamsterrad, einfache Empfehlung, lass uns sprechen. Geh auf raikane.de slash austausch. Dann schauen wir uns einfach mal aktuell deine Situation an und vor allem, wie du es schaffst, diese Blockaden, die dir momentan im Weg stehen, rechnend auch zur Seite zu räumen. Das heißt, raikane.de slash austausch, stehe dort deinen Termin und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Zusammeln.